Herr Oluf reitet spät und weit, zu bieten auf seine Hochzeit, Leut. Da tanzen die Elfen auf grünem Land, Erlkönigstochter reicht ihm die Hand. Willkommen, Herr Oluf, was eilst von hier? Tritt her in den Reihen und tanz mit mir. Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag, frühmorgen ist mein Hochzeittag. Hör an, Herr Oluf, tritt tanzen mit mir, zwei güldene Sporne schenk ich dir. Ein Hemd von Seide, so weiß und fein, meine Mutter bleicht's mit Mondenschein. Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag, frühmorgen ist mein Hochzeittag. Hör an, Herr Oluf, tritt tanzen mit mir, einen Haufen Goldes schenk ich dir. Einen Haufen Goldes nähm ich wohl, doch tanzen ich nicht darf noch soll. Und willt, Herr Oluf, nicht tanzen mit mir, soll Seuch und Krankheit folgen dir. Sie täte einen Schlag ihm auf sein Herz, noch nimmer fühlt er solchen Schmerz. Sie hob ihn bleichend auf sein Pferd, reiht heim nun zu deinem Fräulein wert. Und als er kam vor Hauses Tür, seine Mutter zitternd stand dafür. Hör an, mein Sohn, sag an mir gleich, wie ist dein Farbe, blass und bleich. Und sollt sie nicht sein, blass und bleich, ich traf in Erlenkönigsreich. Hör an, mein Sohn, so lieb und traut, was soll ich nun sagen deiner Braut? Sagt ihr, ich sei im Wald zu stund, zu proben da, mein Pferd und Hund. Frühmorgen und als es Tag kaum war, da kam die Braut mit der Hochzeitschar. Sie schenken Med, sie schenken Wein, wo ist Herr Oluf, der Bräutigam mein? Herr Oluf, er ritt in Wald zur Stund, er probt all da sein Pferd und Hund. Die Braut hob auf, den Scharlach rot, da lag Herr Oluf und war tot. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video widmen wir uns der Kunst- bzw. Naturballade von Johann Gottfried Herder. Ja, und die Behandlung des Gedichtes bzw. des Werkes Erlkönigstochter war der Wunsch eines Zuschauers, der einen, wie ich finde, angebrachten kritischen Kommentar zu meiner Interpretation vom Erlkönig von Goethe geschrieben hat. Und zwar hieß es in dem Kommentar, ich könne ja nicht den Erlkönig behandeln, ohne mich auch gleichzeitig dem Werk Erlkönigstochter von Gottfried Herder zu widmen. Und das tue ich jetzt hiermit in diesem Video, das hole ich nach. Also ja, tatsächlich schiebe ich jetzt hier nochmal nach. Also der Erlkönig von Goethe wurde ganz klar von Erlkönigstochter von Johann Gottfried Herder inspiriert. So, was könnt ihr erwarten in diesem Video? Also zum einen werden wir uns erstmal mit einer Einschätzung Rudolf Steiners zu der Person Johann Gottfried Herders beschäftigen. Ja, im Anschluss werden wir uns mal mit dem Begriff der Elfen genauer auseinandersetzen. Ja, was sind denn die Elfen überhaupt? Ja, dann werden wir uns auch nochmal dem Namen Oluf widmen. Der Herr Oluf, was bedeutet das überhaupt? Wen stellt er möglicherweise dar? Und natürlich werden wir uns dann auch den einzelnen Zeilen des Gedichtes dann selber widmen, beziehungsweise die Verse, beziehungsweise das Gesamtwerk interpretieren. So, beginnen wir mit Johann Gottfried Herder. Er hat 1744 bis 1803 nach offiziellen Zeitangaben gelebt. Und zunächst möchte ich jetzt erstmal eine Beschreibung Steiners gegenüber Johann Gottfried Herder vorlesen. Ja, Rudolf Steiner hat sich nämlich eingehend mit der deutschen Klassik, also beziehungsweise der deutschen klassischen Philosophie und deren Dichter und Denker befasst. Also zum anderen auch mit dem deutschen Idealismus und allen Strömungen, die es in diesem Zeitraum ja so gegeben hat, die so aus der deutschen Philosophie hervorgegangen sind. Und Rudolf Steiner, ja, kann man zwar natürlich auch sehr, sehr kritisch betrachten, Allerdings meine Einschätzung nach sind seine Auffassungen, beziehungsweise seine Analysen und Interpretationen zu den Werken der deutschen Klassik sehr, sehr zutreffend. Also sie gehen sehr, sehr in die Tiefe und sehr schön auch in den spirituellen, geistigen Bereich. So, also was schreibt Rudolf Steiner über Herder? Ja, also Herder hat sich sehr viel mit den unterschiedlichen Völkern dieser Welt befasst und eben auch deren Mythologie studiert, beziehungsweise analysiert, welche geistigen Wesenheiten den unterschiedlichen Völkern anhaften und letzten Endes diese Völker mit in die Richtung gestoßen haben, in der sie sich dann heutzutage ausprägen. Ja, wir müssen jetzt an dieser Stelle auch mal kurz erwähnen, also Herder hat im Grunde genommen auch ein idealistisches Weltbild vertreten, sprich kein materialistisches Weltbild, wie ja die meisten Menschen heutzutage haben, mit der Auffassung, dass sich ja unser Geist, beziehungsweise unsere Fähigkeit zu denken, in einem evolutionären Prozess, ja aus der Materie heraus entwickelt hat, ja also über Kleinstlebewesen bis hin zu Fischen, dann über Dinosaurier zu vogelartigen Wesen, über den Affen zum Menschen, beziehungsweise affenähnliche Vorfahren, ja das ist so die darwinistische Evolutionstheorie, der Idealismus, beziehungsweise auch die platonische Ideenlehre, die hatte einen anderen Ansatz, die geht zwar, ja sie negiert zwar nicht unbedingt, dass es auch so einen evolutionären Prozess gegeben haben könnte, aber sie geht in erster Linie davon aus, dass der Geist eben zuerst da war, dass der Geist die Materie nach seinen Vorstellungen formt, ja dass der Geist den Leib nutzt, um in der physischen Welt wirken zu können, um sich in dieser physischen Welt ausdrücken zu können, um in dieser physischen Welt Ideen sammeln zu können und sich somit in der physischen Welt lernt zu spiegeln und somit weiterzuentwickeln, ja also der Geist in einem luftleeren Raum, wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, ohne einen Leib, ohne Materie hat im Prinzip keinerlei Möglichkeiten, ja das heißt, um sich auszudrücken braucht der Geist eine materielle Hülle in welcher Form auch immer, bei der er dann kneten kann, modellieren kann, bei der er sich dann ausdrücken kann, ja das ist so der Idealismus, oberflächlich jetzt erstmal ganz platt dargestellt, Idealismus kommt nicht vom Ideal, ja der deutsche Idealismus, der wird oftmals falsch verstanden, dieses Wort, ja also der wird oftmals so verstanden, dass es darum geht, ein Ideal, ja im Sinne von so das Höchste, das Beste zu finden, des Deutschen, nein der deutsche Idealismus, das bedeutet einfach, es ist eine Ideenlehre, Idealismus kommt von Ideen, die Lehre der Ideen, dass die Ideen, sprich der Geist zuerst da waren, das bedeutet Idealismus in dem Kontext. Und was er dann hat zustande bringen können, als eine Darstellung seiner Ideen, über diesen Entwicklungsgang, er hat es ja zusammengefasst in seinen Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit. In diesen Ideen tritt uns ein Tableau, ein Gang durch die Entwicklung der Menschheit in der Weise entgegen, dass wir verspüren, dass in allen einzelnen Erscheinungen und Geschehnissen Wesenheiten, Kräfte leben, die alle voll lebendig auf Herders Seele wirken. Ja und nach dem Idealismus nicht nur auf Herders Seele, sondern auf die Seele von uns allen. Ja, so viel zu der Einschätzung Johann Gottfried Herders durch Rudolf Steiner. Ja, im Anschluss werden wir uns jetzt erst mal mit dem eigentlichen Gedicht befassen. Um was geht es denn jetzt in dem Gedicht auf der oberflächlichen Handlungsebene? Also wir haben hier einen gewissen Herr Oluf, dessen Hochzeit am morgigen Tag offenbar stattfindet. Und dieser Herr Oluf ist gerade zu Pferd unterwegs, um seine Hochzeitsgäste zu treffen. Während er so unterwegs ist, begegnet ihm eine Schar Elfen, darunter eine besondere Elfe, die als Erlkönigstochter beschrieben wird. Und diese Elfe bittet Herrn Oluf zum Tanz, beziehungsweise sie fordert ihn zum Tanz auf. Herr Oluf lehnt ab mit der Begründung, dass ja am morgigen Tag sein Hochzeitstag ist und er nicht tanzen darf und nicht tanzen soll. Daraufhin bietet ihm Erlkönigstochter, die Elfe, ja verschiedenste Reichtümer an. Ja, darunter zwei güldene Sporne, also goldene Sporen, um das Pferd anzutreiben möglicherweise. Ein weißes, gebleichtes Hemd, welches ihre Mutter im Mondschein gebleicht hat. Und letzten Endes auch einen Haufen Gold. Ja, Herr Oluf lehnt all diese Geschenke ab mit der Begründung, dass ja morgen sein Hochzeitstag ist und er nicht tanzen darf und nicht tanzen soll. Ja, daraufhin scheint die Elfe entzürnt zu werden. Und sie tut einen Schlag in Herrn Olufs Herz, der ja noch nie in seinem Leben einen solchen Schmerz gespürt hat. Offenbar fällt er dann auch vom Pferd, denn die Elfe hebt ihn dann auf das Pferd hinauf, sagt, Seuche und Krankheit soll ihm widerfahren und er soll zu seinem Weibe zurückkehren. Ja, Herr Oluf reitet dann nach Hause, wo ihn schon zitternd seine Mutter empfängt. Seine Mutter begreift sofort, dass etwas nicht stimmt. Sie sagt ihm, warum bist du so blass und bleich? Woraufhin Herr Oluf antwortet, er ist in Erlkönigsreich gewesen, also im Reich der Elfen, beziehungsweise im Reich der Naturgeister, so könnte man es auch übersetzen. Und ja, das scheint sozusagen schon als Begründung auszureichen. Ja, also die Mutter scheint schon augenblicklich zu verstehen, was passiert ist. Ja, also ihr scheint Erlkönigsreich kein Fremdwort zu sein. Sie fragt ihn nämlich dann sofort, was soll ich denn jetzt der Braut sagen und was soll ich den Hochzeitsleuten sagen? Und er sagt, ja, sag ihnen einfach, ich bin im Wald, um Pferd und Hund zu trainieren. Ja, am nächsten Tag findet sich dann die Hochzeitsschar ein und ja, wie es denn so kommen muss, fragt dann auch die Braut, ja, wo ist denn mein Bräutigam? Und die Mutter antwortet daraufhin, ja, der ist im Wald, seinen Hund trainieren. Und im Anschluss gibt es dann noch einen letzten Vers, wo die Braut eben den Scharlach aufhebt. Also Scharlach ist ein bestimmter Stoff. Heutzutage ist Scharlach nur noch als Krankheit bekannt. Scharlach ist aber eigentlich die Bezeichnung für einen, ja, edlen Stoff, der ja zu bestimmten Zeitaltern nur eher adligen bzw. gehobeneren Ständen vorbehalten war. Ja, also wir haben hiermit mit diesem Scharlach, aber auch mit diesen reichen Geschenken der Elfe schon einen kleinen Hinweis darauf, dass es sich bei Oluf hier um ja einen edlen bzw. einen adligen handeln könnte. Ja, jetzt tauchen wir erst mal tiefer ein. Was bedeutet denn der Name Oluf überhaupt? Ja, also wie fast jeder Name hat auch der Name Oluf eine Bedeutung. Also Oluf ist die dänische bzw. auch schwedische Version des Namens Olaf. Und Olaf steht für den Ahnenerbe bzw. der Erbe der Ahnen bzw. auch für Ahnenleben. Ja, und dieser Hüter der Ahnenlinie stirbt eben am Ende dieses Gedichtes. Ja, also das ist zumindest schon mal auch eine Bedeutung, die man diesem Werk auch geben kann. Ja, dann spielt natürlich, ja, das Wesen der Elfen eine sehr, sehr große Rolle in Erlkönigstochter. Also Oluf wird ja hier von einer Elfe empfangen. Und an dieser Stelle scheitern die meisten, ja, der Interpretation des Werkes, die ich im Internet so gefunden habe bereits, weil es wird sich hier kaum damit auseinandergesetzt, was denn Elfen überhaupt sind. Ja, was denn überhaupt die Bedeutung der Elfen in, ja, der germanischen bzw. der nordischen Mythologie überhaupt sind. Ja, und ich habe zu dem Thema auch schon in meiner Interpretation von Erlkönig gesprochen, die ich gemacht habe. Aber ich werde jetzt hier auch nochmal eine Definition bzw. eine Aufarbeitung von dem Begriff Elfen vorlesen, die durch Rudolf Steiner getätigt wurde. Ja, und zwar tut er das in seinem Werk Bewusstsein, Leben und Formgrundprinzipien der geisteswissenschaftlichen Kosmologie. Die Wesenheiten, die sich dem Menschen anhängen, ja, also die Naturwesenheiten, die Elementarwesenheiten, die Wesenheiten, die sich dem Menschen anhängen, nannte man in der deutschen Mythologie die Alben. Ja, die Alben sind, wie ich gerade gesagt habe, eine alte Bezeichnung für das Wort Elfen. Ja, also man hat das Wort auch noch in dem Wort Albtraum, ja, oder der Hexenschuss, der wurde früher als Albenschuss bezeichnet. Oder auch bei dem Wort Albino, also Alb, das, oder in dem Wort Falb, Albino, Falb, Falbe, Gesichtsfarbe, das steht für weiß oder auch leuchtend, glänzend. Ja, die Alben, die Leuchtenden, die Lichtwesen, früher zum Teil auch als Lichtalben bezeichnet. Also dazu kommen wir auch später nochmal. Sie treten in einer unbestimmten Gestalt auf, im sogenannten Albtraum. Diese Träume äußern sich etwa so, dass man glaubt, ein Wesen setzt sich einem auf die Brust. Ja, also wenn man astral sehend wird, sieht man zuerst diese Wesen. Es ist die Widerspiegelung der astralen Bekanntschaft, also der Bekanntschaft der Menschen auf der Gefühlsebene, mit seinem Alb. Man könnte auch sagen, mit seinem Feind. Ja, also es ist eine Projektion des Feindes. Ja, wenn man zum Beispiel in Feindschaft mit einem bestimmten Menschen ist, wenn man ja möglicherweise einen Streit hatte mit jemandem und dieser Streit beschäftigt einen jetzt auf der astrale Ebene, beziehungsweise auf der Ebene der Gefühle. Ja, man hat vielleicht Angst, dass man diesem Feind wieder begegnet, dass man von Neuem diesem Streit ausgesetzt ist. Man überlegt sich vielleicht, wie man diesen Konflikt lösen kann. Und die Projektion dieses Feindes, die die ganze Zeit in der eigenen Vorstellung existiert, das ist der Elf, das ist der Alb. Ja, das ist die bildliche Erscheinung dessen, was man eigentlich durch seine Gefühle wahrnimmt. Ja, wenn ich jetzt mich mit jemandem gestritten habe und ich werde jetzt den ganzen Tag über gestört von meinen Gedanken, weil mich immer noch dieser Streit beschäftigt, dann ist das, was mich da beschäftigt, ist der Elf, der Alb. Ja, also er ist natürlich nicht in physischer Form da bei mir, mein Feind. Ja, vielleicht ein Freund, mit dem ich mich gestritten habe oder ein Arbeitskollege oder so. Er ist nicht in physischer Form da, aber eine Projektion von ihm beschäftigt mich die ganze Zeit. Und wenn ich ihm jetzt am nächsten Tag begegne, bei der Arbeit zum Beispiel oder einfach im Alltag irgendwo, dann könnte ich ihm jetzt vorwerfen, wegen dir habe ich gestern überhaupt nichts geschafft, wegen dir habe ich jetzt gestern überhaupt nichts auf die Reihe bekommen, weil mich dieser Streit so beschäftigt hat. Und er entgegnet dann vielleicht, hä, wieso wegen mir? Ich habe dir doch gar nichts getan, ich war doch gestern gar nicht bei dir. Wie kann ich dich denn von deiner Arbeit abgehalten haben? Ja, aber trotzdem kann ich jetzt sagen, er hat mich abgehalten. Was hat mich in Wirklichkeit abgehalten von der Arbeit? Und der Elf, ja, also eine Projektion von meinem Feind. Ja, das ist der Elf oder der Alb. Ein Schwarzalb in diesem Fall, ja, also eine negative Form von Elf. Andersherum gibt es auch nach der Überlieferung, wir gehen da später noch drauf ein, näher gibt es auch positive Elfen, die Lichtalben oder die Lichtelfen. Und diese sind sozusagen auch Projektionen von Menschen, die mich motivieren oder von Dingen, die mich motivieren. Also das können auch natürliche Landschaften oder Umfelder sein, die mich motivieren. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nach diesem Waldbesuch ganz beschwingt nach Hause gehe und der Wald sozusagen noch mit mir mitschwingt, ja, dann begleitet mich natürlich nicht der Wald als solcher mich nach Hause, sondern eine Projektion, eine Nachwirkung des Waldes, ja, lässt mich sozusagen den ganzen Tag dann noch in einer positiveren Schwingungsebene, könnte ich es jetzt ausdrücken, verharren. Ja, und das, was mich dann mit nach Hause begleitet, das sind dann eben die Lichtelfen nach der alten Mythologie. Ja, also früher war das Bewusstsein ein viel bildlicheres Bewusstsein, als wir das heutzutage an den Tag legen. Heutzutage differenzieren wir alles, was wir sehen, sehr, sehr genau. Ja, wir sagen ja, das ist hier ein Baumstamm, hier ist Moos, das hier ist Rinde, das ist eine Eiche, wir differenzieren die Sorten, ja, also wir sind in einem sehr, sehr logischen Denken verhaftet, während die Menschen damals aus der Zeit, aus der diese mythologischen Überlieferungen stammen, die Welt noch ganz anders wahrgenommen haben, ja, viel, viel bildlicher. Sie hätten jetzt zum Beispiel nicht gesagt, sie haben jetzt nicht gesagt, ja, der Gedanke an dich hält mich von der Arbeit ab, sondern diese Projektion, dieser Elf hält mich von der Arbeit ab oder eine Muße inspiriert mich, ja, also man hat viel gegenständlicher, man hat viel bildlicher gedacht, ja, es war eine ganz andere Form des Bewusstseins. Diese logische Form des Bewusstseins, so wie wir heutzutage denken, das existiert tatsächlich noch gar nicht so lange, wenn man sich jetzt mal mit alten, mit alter Literatur beschäftigt, ja, also da hat man bis vor wenigen Jahrhunderten eigentlich noch eine sehr, ein sehr viel stärker ausgeprägteres Bilderbewusstsein, man hat viel mehr in Bildern gesprochen, als in diesen differenzierten Einteilungen, wie wir das heute tun, ja, man könnte sagen, heutzutage sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, dadurch, dass wir für alles eine Erklärung, für alles eine Ursache und eine Wirkung haben, verlieren wir die Sicht auf das Ganze, auf den Geist der Dinge, ja, deswegen ist es uns heutzutage nicht mehr möglich, diese Elfen oder diese Naturgeister als eigene wahrzunehmen, weil wir halt sagen würden, ja, das liegt hier an dieser bestimmten Ausschüttung der Hormone, die uns so fühlen lässt oder es sind bestimmte Gedanken, sind die Ursache dafür, dass wir jetzt so empfinden, ja, also wir haben für alles eine Bezeichnung, für alles eine sehr starke, spezialisierte Einteilung und deswegen ist uns sozusagen das Ganze als solches nicht mehr so zugänglich, beziehungsweise wir haben da unser Bewusstsein verlagert, mehr in das Spezifische hinein, während die Menschen früher ja noch ein sehr viel, ja, man könnte sagen, ganzheitlicheres Bewusstsein hatten, ja, die Menschen damals waren noch nicht so geschult, die Dinge spezifisch zu unterscheiden, ja, da sind wir heute überlegen, aber dieses spezifische Einteilen und dieses spezifische Kategorisieren von allen Erscheinungsformen in der Natur, das Zerlegen in seine einzelnen Bestandteile bringt uns in gewisser Weise auch weg von der ganzheitlichen Bedeutung, von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise dieser Erscheinungen in der Natur, ja, und die Elfen, beziehungsweise die Naturgeister, da können wir wieder einen Zugang zu bekommen, wenn wir wieder lernen, den Geist eines Ortes oder den Geist bei bestimmten Begegnungen zu erfassen und nicht die einzelnen Worte, die da gesagt werden als solche. Ich hoffe, man kann mir jetzt folgen, wenn ich da jetzt so reingehe, wenn ich so in diese geistigen Sphären vordringe, beziehungsweise da mit meinem Bewusstsein reingehe, da fehlen einem dann sehr schnell auch irgendwo die Worte, um diese Dinge verständlich auszudrücken, wobei da die deutsche Sprache, denke ich, noch sehr, sehr gut ist, um das durchführen zu können. Ja, so, wir waren jetzt immer noch bei Rudolf Steiner. Das Wesen ist die Projektion eines astralen Wesens in uns selbst. Ja, also was ist damit gemeint? Also das Wesen, der Naturgeist, die Elfen, sind die Projektion, also die Spiegelung eines astralen Wesens, ja, also eines Anteils an Gefühlen, ja, eines bestimmten Gefühls in uns selbst. Ja, wie ich das eben beschrieben habe. Wenn ich mich jetzt mit jemandem, ja, streite, dann ist die Projektion des Gefühles, welches ich diesem Menschen gegenüber habe, eben als diese Wesenheit zu bezeichnen, als der Elf zu bezeichnen. Das Wesen ist die Projektion eines astralen Wesens in uns selbst. Es ist der kleine Hüter der Schwelle. Was ist damit gemeint? Der Hüter der Schwelle. Schaut euch dazu auf jeden Fall mein Video zur Interpretation vom Erlkönig an. Da gehe ich genauer auf dieses Thema ein. Ja, der Hüter der Schwelle, das ist, man könnte halt sagen, eine geistige Wesenheit, die man überwinden muss, um in der eigenen, ja, Persönlichkeitsentwicklung, spirituellen Entwicklung, geistigen Entwicklung weiterzukommen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen ungelösten Konflikt mit einem Feind habe, dann ist die Projektion von diesem Konflikt, ja, also der Elf in dem Fall, dieses Gefühl, was ich diesem Feind gegenüber habe, der Hüter der Schwelle. Ja, also dieser Hüter der Schwelle hält mich jetzt erst mal davon ab, weiterzukommen in meiner Entwicklung. Ja, also wenn ich einen Streit habe oder einen Konflikt mit jemandem, der ungelöst ist, dann hemmt mich dieser Konflikt, ja, also er beschäftigt mich in meinen Gedanken, er hält mich davon ab, weiterzukommen, weil ich möglicherweise auch Angst habe, ja. Beispielsweise wäre es jetzt auch so, ich, wenn man jetzt vielleicht noch in die Schule geht oder gerade Ausbildung macht und man muss ein Referat halten, dann könnte man jetzt auch zum Beispiel diese Angst vor dem Referat als ein Elf, als ein Schattenelf, als ein Nachtelf oder als ein Schwarzelf bezeichnen, der einen sozusagen in der eigenen Lebensfreude, im eigenen Vorkommen hemmt. Ja, man sitzt da zu Hause, oh mein Gott, morgen muss ich dieses Referat halten, möglicherweise werde ich da ausgelacht, möglicherweise werde ich da nicht ernst genommen, möglicherweise kann ich da die Dinge nicht richtig rüberbringen, so wie ich es rüberbringen möchte. Und diese Ängste und Zweifel, ja, das ist eben der Elf, der sich dann vor dem inneren Auge manifestiert. Und den gilt es zu überwinden, ja. Ja, dieser Elf ist der Hüter der Schwelle, den ich beiseite räumen muss oder den ich besiegen muss, um in meiner eigenen Entwicklung vorwärts zu kommen. Ja, ich muss sozusagen diesen Hüter der Schwelle, ja, bezwingen. Aber auf geistiger Ebene natürlich, ne. Materiell, physisch funktioniert es nicht. Der Mensch, der die Furcht vor dem inneren Feinde, also diesem Elfen, nicht überwinden kann, der kehrt gewöhnlich beim Tor der Initiation um, ja, also beim Tor der Einweihung oder beim Tor, ja, des nächsten eigenen Schrittes der Persönlichkeitsentwicklung, der spirituellen Entwicklung. Ja, also spiritueller Aufstieg oder geistige Entwicklung ist nicht nur Licht und Liebe und ist nicht nur angenehm, so wie das einige hier auf YouTube verbreiten, sondern es geht tatsächlich darum, die eigenen, manche bezeichnen sie heute, diese Elfen auch als die inneren Schweinehunde, eben zu überwinden. Ja, also nur dann kann sich der Geist, der in mir ist, auch wirklich entfalten. Ja, also diese ganzen Elfen oder wie auch immer man diese Phänomene nennen mag, diese geistigen Phänomene hindern sozusagen den Geist weiterzukommen. Man kann es so betrachten, wir als Menschen oder das, was wir bisher vielleicht so als das Menschliche ausgemacht haben, unser physischer Leib, ist zu betrachten wie ein Gefäß. Und in dieses Gefäß möchte eigentlich unser eigentlicher göttlicher Wesenskern Einzug erhalten, unser eigentlicher Geist. Ja, jetzt ist es aber so, dass ganz, ganz viele andere Ungeister oder auch Naturgeister und alle möglichen anderen Geister eben in dieser astralen Welt und in der Mentalwelt umhergehen ja, und da um uns herum schwirren und eben auch in dieses Gefäß hinein möchten. Ja, sie haben keine eigene Ausdrucksform, sie haben keine eigene physische Möglichkeit zu agieren. Deswegen müssen sie den Menschen eben besetzen und durch den Menschen hindurch eben agieren. Ja, und das versuchen unter anderem halt eben auch die Elfen in positiver, aber auch in negativer Weise. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal auf eine andere Überlieferung ein, und zwar auf die Snorra Edda, welche um das 13. Jahrhundert angeblich verfasst wurde von Snorri, einem Christen, um das auch nochmal hervorzuheben. Ja, und ich will jetzt erstmal gleich vorweg sagen, also die Snorra Edda, aber auch die Lida Edda, die sind sehr, sehr in der Theologie umstritten. Ja, ob die denn überhaupt echt sind oder ob das nicht möglicherweise auch, ja, da gibt es verschiedene Meinungen und Theorien dazu, also dass dieses Gedankengut der Edda halt möglicherweise eingeschleust wurde. Ja, beziehungsweise, dass die Mythen und Legenden, die da aufgearbeitet wurden, ja, das ist zum Teil schon nachweisbar, dass einige dieser Sagen aus der Edda auch tatsächlich reale Ursprünge haben. Bei einigen Details ist es aber, ja, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, weiß man nicht genau, ob da möglicherweise bestimmte Mächte das Interesse hatte, da die Volkslohren, beziehungsweise die Sagen der Völker, in der die Edda verbreitet wurden, zu korrumpieren. Ja, also das müssen wir immer bei der Edda sehr im Hinterkopf behalten. Jedenfalls lesen wir jetzt mal, was in der Edda über die Elfen steht. Also zumindest ein Ausschnitt davon, also da steht auch mehr über die Elfen noch, aber genau. Da ist ein Ort, der Alfheim heißt. Also Alfheim, da kommt auch wieder, also Alf ist auch wieder eine Bezeichnung für Elf, Alf, Elb. Da ist ein Ort, der Alfheim heißt. Da haust das Volk, das man Lichtalbe nennt. Ja, und in diesem Absatz sieht man auch schon ein Element, weshalb zum Beispiel die Edda auch etwas umstritten ist. Und zwar haben wir hier den für das Christentum der Kirche üblichen Dualismus. Ja, also wir haben eine Unterteilung von Gut und Böse, ja, also Lichtalben und Schwarzalben. Und das ist gar nicht mal unbedingt so nachvollziehbar in übrigen, ja, mythologischen Quellen. Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt die griechische Mythologie mal anschaut, da gibt es eigentlich diesen typischen Dualismus nicht unbedingt. Ja, also diese Unterteilung in Gut und Böse. Da wird zwar schon unterschieden zwischen Dingen, die eher oder für Aspekte, die Göttern zu eigen sind, die eher für den Vorteil von Menschen sind. Und die eher herausfordernd, beziehungsweise ja nachteilig sich auf den Menschen ausüben, beziehungsweise hemmend. Aber es wird in diesen Mythologien eigentlich eher als eine Herausforderung angesehen. Ja, wie zum Beispiel ein Hüter der Schwelle und nicht dualistisch in Gut und Böse eingeteilt. Also das ist schon ein Hinweis dafür, dass jetzt dieser Part hier, diese Einteilung in Licht und Nacht, also beziehungsweise Lichtalbe und Schwarzalbe, dass das so ein bisschen korrumpiert sein könnte vom Christentum. Also wo auch halt zwischen Guten und Unreingeistern ganz klar unterschieden wird. Ja, also in anderen Überlieferungen oder in anderen Mythologien, da gibt es nicht das Böse als solches, sondern da wird das, was wir vielleicht heute so als das Böse bezeichnen, halt eben als Herausforderung angesehen. Ja, beziehungsweise als Hüter, den es zu überwinden gilt, damit man eben seinen eigenen Geist erprobt und auf dem Weg der spirituellen Entwicklung weiterkommt. Ja, also man überwindet bestimmte Hindernisse und wird dadurch dann aber auch stärker im Handeln. Ja, also ich kann, wenn mich jetzt jemand fertig macht oder niedermacht, dann kann ich in ihm das Böse sehen, dann kann ich in ihm das Dämonische sehen, aber ich kann es auch sportlich sehen und sagen, Gut, das ist jetzt hier eine Herausforderung für meine Persönlichkeitsentwicklung bzw. für meine spirituelle Entwicklung und kann mir überlegen, ja, wie werde ich denn jetzt damit fertig? Ja, wie lasse ich denn jetzt meinen Feind in Anhörungszeichen gegen die Wand laufen? Ja, oder wie kann ich denn selber an dieser Situation wachsen? So, dann kommen wir jetzt nochmal zu der Charakterisierung. Wie werden denn Elfen auch heute noch charakterisiert? Also in heutigen, ja, Fantasy-Spielen, in Fantasy-Literatur, da werden halt Elfen oftmals als eine Art überzeichnete Menschen dargestellt. Ja, also entweder sind sie gute Elfen oder gute Elben, dann sind sie oftmals sehr groß, sehr anmutig, sehr inspirierend, sehr künstlerisch, sehr weise, aber auch auf der anderen Seite sehr extrem, extrem arrogant. Ja, und auch das ist ein Hinweis darauf, dass es sich letzten Endes um diese astralen Projektionen handelt. Ja, also auch, dass die heutige Vorstellung von Elfen, wie sie jetzt zum Beispiel durch den Herr der Ringe von Tolkien verbreitet wurden, also dass diese halt eben anknüpfen an diese astralen Projektionen. Denn, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Feind, den ich möglicherweise habe, vor mein inneres Auge führe, dann empfinde ich diese Projektion des Feindes auch immer als extrem grausam, als extrem arrogant, als extrem hemmend in meinem Leben. Ja, wenn ich jetzt aber inspiriert von jemandem bin, ja, von einer Muße beispielsweise, ja, dann empfinde ich diese vielleicht auch als die schönste Frau der Welt, ja, wie die Elfen auch so als die schönsten der Welt bezeichnet werden. Die schönste Frau der Welt. Kunstvoller als alles, was der Mensch zustande bringen kann. Ja, also quasi als eine Karikatur, als eine Überzeichnung aller positiven oder als eine Überzeichnung aller negativen Eigenschaften. Und das ist das, was wir dann vor dem inneren Auge haben, ja, entweder wenn wir jemand, wenn wir für jemand schwärmen, ja, dann, äh, und das jemand anderem erzählen, dann, dann würde dieser andere auch vielleicht denken, man redet hier von einer Elfe oder so, jetzt im Falle einer Frau, wenn man jetzt für eine Frau beispielsweise schwärmt, so, ja, sie ist die schönste, sie hat die anmutigste Sprache, sie kann dies und jenes so toll, ja, viel besser als alle anderen. Und auf der anderen Seite, wenn man, ja, von einem Feind spricht, dann ist er narzisstisch, er ist das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann, er ist grausam bis zum geht nicht mehr. Ja, also auch eine Überzeichnung sozusagen, die sich bei mir astral eben abspiegelt. Würde ich jetzt in Wirklichkeit ein tiefer gehendes Gespräch mit diesem Feind führen, dann würde höchstwahrscheinlich auch dabei rauskommen, dass seine Aspekte, die ich als bedrohlich empfinde, möglicherweise halt auch irgendwelche Ursachen haben in der Kindheit, die dann plötzlich auch nachvollziehbar sind. Aber wenn ich jetzt erstmal oberflächlich einen Feind betrachte, ja, also dann habe ich da meistens auch diese überzeichneten Charakteristiken. Und diese überzeichneten Charakteristiken, das ist halt eben das, was das Wesen der Elfen bzw. der Alben bzw. dieser astralen Projektion, dieser Projektion der eigenen Gefühle eben ausmacht. Ja, jetzt nochmal ein kleiner Schmankerl zur Geschichte der Elfen. Und zwar haben wir ja diese mittelalterlichen Überlieferungen der Elfen und in den mittelalterlichen Überlieferungen sind die Elfen tatsächlich oftmals sehr stark mit diesen eher negativeren Eigenschaften behaftet, beziehungsweise werden sie oftmals gleichgesetzt mit Dämonen, ohne da weiter zu spezifizieren. Im Verlauf haben sich die Elfen dann sozusagen ausdifferenziert. Man hat dann für diese Naturwesenheiten unterschiedliche Namen gebraucht. Man hat dann, es gibt dann zum Beispiel die Baumgeister, die Triaden, die Nayaden, die Nymphen, die, ja, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Kategorien auf jeden Fall. Die Sirenen zum Beispiel auch die Zwerge, ja, also ursprünglich sind Zwerge und Elfen auch, also vom mythologischen Kontext her zumindest sehr, sehr eng miteinander verwandt. Also die Schwarzelfen werden auch oftmals mit den Zwergen gleichgesetzt, beziehungsweise haben sich dann später weiter ausdifferenziert. Die Zwerge, die den Frauen dann auch ihre Wechselbälger in die Stube gelegt haben oder die einen zum Stolpern bringen, genau, die halt eher so diese negativen Eigenschaften dann übernommen haben, während die Elfen dann im Verlauf der Geschichte, der mythologischen Entwicklung dann tendenziell eher positiver gedeutet wurden. Genau, dann haben wir im 16. Jahrhundert einen sehr, einen sehr großen Einschnitt, was die Elfen anbelangt. Und zwar wurde das verursacht durch Shakespeare, durch sein Werk Ein Sommernachtstraum. Ja, also dadurch wurde die Auffassung verbreitet, Elfen, das seien kleine, geflügelte Wesen, die in Blumen leben. Also auch ein Bild, was heute noch sehr verbreitet ist, also auch unter Spielzeug gibt es so diese kleinen geflügelten Frauen, die in Blumen leben. Ja, das könnte man fast interpretieren als eine Art Psy-Op, ja, also die nach und nach das alte mythologische Bild, die alte Herkunft der Elben oder Elfen in der nordischen Mythologie verdrängt hat. Ja, also diese kleinen geflügelten Wesen sind ursprünglich, also es gibt oder es ist keine ursprüngliche Überlieferung bekannt, dass man in der Mythologie diese geflügelten Wesen als die Elfen bezeichnet hat, sondern das ist ja mit Shakespeare zum Beispiel das erste Mal nachweisbar, ja, dass sich mit den Werken von Shakespeare dann aus England heraus dieses Bild der Elfen verbreitet hat. Ja, dieses Ablegen dieses Bildes von kleinen geflügelten Frauen als Elfen, das kam dann mit Tolkien tatsächlich, also dem Autor von Der kleine Hobbit und Herr der Ringe und vielen, vielen anderen Werken. Der hat sich tatsächlich, ja, etwas darüber aufgeregt über dieses durch Shakespeare verbreitete Bild der kleinen geflügelten Frauen und hat mit seiner Schöpfung der Elfen dann wiederum mehr an das ursprüngliche Bild von Elfen angeknüpft. Ja, also an die astralen Projektionen, wenn auch er diese astralen Projektionen sehr, sehr physisch natürlich dargestellt hat, so als wandelnde Wesenheiten. Allerdings besitzen sie noch am ehesten so diese Eigenschaften dieser Projektionen, also dieses Übermenschliche, das außerordentlich Schöne, das außerordentlich Geschickte, kunstfertige, spirituell Hochentwickelte, aber auch auf der anderen Seite so das Grausame, ja, und das sehr Arrogante, was die Elfen eben auch mit sich bringen. Ja, was mir selber aufgefallen ist, ich habe da leider keinen Nachweis von der Ethmyologie, von der Sprachherkunft finden können, ist das Wort albern. Ja, also auch da steckt ja das Wort alb mit drin, ob das ursprünglich auch vom Elf kommt. Albern, tatsächlich ist es so, dass in alter, mittelalterlicher Literatur oder auch beim kleinen Hobbit zum Teil, die Elfen oftmals auch als albern und sehr schalkhaft dargestellt werden, ja, also mit ihrem albernen Verhalten beschäftigen sie dann halt eben die Menschen so, wie es auch ist. Wenn jemand albern ist, dann ist das manchmal auch ein Ärgernis für viele und deswegen ist da ja auf astraler Ebene, würde ich sagen, schon eine Verbindung zu den Elfen da, von dem Wort albern zu Elfen, allerdings habe ich da keine, ja, Wortherkunft finden können, also habe ich da nichts zu finden können, ob das Wort tatsächlich von Elfen abstammt. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen Alb, Elb und Elf? Es gibt da eigentlich keinen Unterschied, also der Begriff Elb scheint etwas neuer zu sein und zwar wurde er von den Gebrüder Krim bzw. spezifischer gesagt von Jakob Krim eingeführt und zwar war ihm auch die Verbreitung der Elfen als, ja, feenartige Wesen aus England heraus etwas zuwider und er hat sich geweigert, ja, das englische Wort Elf mit Elf auf Deutsch zu übersetzen und hat dann aus seinem patriotischen Verständnis heraus das Wort Elb dafür genutzt, ja, um diese Geschichten zu übersetzen. Und das Wort Elb ist dann auch wieder dem, ja, altnordischen Wort Alb ähnlicher, ja, also Elb ist sozusagen das Wort der Patrioten für Elf, ja. Und Tolkien hat sich auch damit einverstanden erklärt, also auch in seinen Werken werden die Elfen, also im Englischen als die Elfs beschrieben, aber er wurde da auch gefragt bei der Übersetzung ins Deutsche, wie denn jetzt Elf ins Deutsche übersetzt werden soll und auch er hat da der Verwendung des Begriffs Elb mit B hinten zugestimmt, ja, also weil er da auch meinte, das wäre dem deutschen Verständnis der mythologischen Version der Elfen, Elben, Alben eben näher. So, jetzt haben wir eine kleine Exkursion in das Reich der Elfen, Elben bzw. Alben hinter uns. Nochmal knapp zusammengefasst, was sind die Elfen? Also die Elfen sind astrale Projektionen, man könnte auch sagen personifizierte Gefühle oder personifizierte Gedanken, personifizierte Zweifel. Und mit diesem Hintergrundwissen tauchen wir jetzt noch einmal in Erlkönigstochter von Herde ein. Also was passiert denn da mit dem Hintergrundwissen, dass Erlkönigstochter, die Elfe, die mit Herrn Oluf redet, als eine astrale Projektion von Herrn Oluf wahrgenommen werden kann? Herr Oluf reitet spät und weit zu bieten auf seine Hochzeit, Lloyd. Da tanzen die Elfen auf grünem Land, Erlkönigstochter reicht ihm die Hand. Also, Herr Oluf ist gerade mit dem Pferd unterwegs, er reitet durch die freie Natur, er lässt den Geist der Zivilisation, die ganzen Erwartungen, die an ihn gestellt werden, jetzt erstmal hinter sich und er langt Klarheit in seinem Geist. Da melden sich plötzlich die Zweifel in Form von Erlkönigstochter. Und für was für ein Zweifel steht jetzt tatsächlich Erlkönigstochter? Also meines Erachtens nach wird es jetzt ganz deutlich, Herr Oluf ist sich nicht sicher, ob er tatsächlich am nächsten Morgen heiraten soll. Er zweifelt an der Ehe, die da stattfinden soll. Und meines Erachtens nach wird dieser Aspekt besonders deutlich, wenn wir die Elfe, beziehungsweise die Verse, die von der Elfe gesprochen werden, einfach mal ignorieren in diesem Werk. Denn was bleibt denn dann übrig? Dann bleiben nämlich die tatsächlichen Gedanken von Herrn Oluf übrig. Ich werde es jetzt einmal gerade vorlesen. Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen, ich mag, frühmorgen ist mein Hochzeitstag. Also morgen ist meine Hochzeit, aber ich möchte nicht tanzen. Er möchte eigentlich nicht auf dieser Hochzeit tanzen. Das wiederholt sich. Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen, ich mag, frühmorgen ist mein Hochzeittag. Und dann, die Elfe bietet ihm dann ja allerlei Reichtümer an. Zwei güldene Sporne, zwei goldene Sporen für das Pferd, ein weißes Hemd, ein Haufen Gold. Und dann sagt Oluf, ein Haufen Goldes nehme ich wohl, doch tanzen ich nicht darf, noch soll. Ja, also den Haufen Gold würde er nehmen, aber tanzen möchte er eigentlich nicht. Ja, für was stehen denn jetzt diese Güter, die die Elfe ihm anbietet? Man kann jetzt zwar hier noch die Güter selber genauer interpretieren. Das kann ich an dieser Stelle eigentlich auch mal kurz machen. Also zwei güldene Sporne schenke ich dir. Also vordergründig sind Sporne bzw. Sporen, ja eben Stacheln, die man sich hinten an die Stiefel schnallen kann, um das Pferd anzutreiben. Im literarischen Kontext werden Sporne oder Sporen manchmal aber auch als Bezeichnung für Söhne verstanden. Ja, also die Söhne, die einen ja auch irgendwo anspornen zu vielleicht guten Taten, dazu ein echter Mann zu sein, dazu für seine Familie einzustehen. Also man könnte diese güldenen Sporne auch als zwei Söhne, als das Versprechen deuten, dass sie ihm zwei goldene, zwei edle Söhne gebührt. Und zwar die Braut. Ja, also die Elfe ist letzten Endes eine astrale Projektion seiner Braut, seiner zukünftigen Braut. Ein Hemd von Seide, so weiß und fein, meine Mutter bleicht mit Mondenschein. Da kann man jetzt auch noch mal tiefer reingehen. Seide ist auch immer was Edles. Ja, also man könnte jetzt hier interpretieren, es handelt sich hier um eine Heirat zwischen Edelleuten. Seide steht aber auch für die Reinheit. Der Mondenschein steht immer für die Mystik, für die Magie. Ja, also da könnte man auch noch tiefer reingehen. Und ja, auch das Gold steht immer für die Vollendung. Ja, ich würde es aber in diesem Fall tatsächlich mehr, würde ich diese ganzen Güter, die sie ihm hier verspricht, als die Mitgift interpretieren, für die er sich letzten Endes entschieden hat. Ja, den Haufen Goldes nehme ich wohl. Ja, er hat sich also für die Ehe entschieden, weil vielleicht war er zu Beginn der Verlobung selber auch im Zweifel. Ja, und dieser Zweifel, der kommt jetzt gerade wieder hoch. Ja, er war im Zweifel. Und durch diese Versprechen, ja, durch diese Aussicht auf diese reiche Mitgift, hat er sich letzten Endes dann für die Ehe entschieden. Und jetzt erhält er aber von der Elfe den Schlag ins Herz. Ja, sie täte einen Schlag ihm auf sein Herz. Noch nimmer fühlt er solchen Schmerz. Ja, jetzt auf einmal wird ihm klar, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat. Ja, in dem Gedicht entscheidet er sich zwar vordergründig gegen die Mitgift, da das Ganze aber eine astrale Spiegelung ist, eine astrale Projektion. Ja, kann man es so deuten, dass er sich eigentlich für die Mitgift entschieden hat. Also er hat sich erstens ursprünglich für die Mitgift entschieden und hat sich dafür entschieden, auf der Hochzeit zu tanzen. Nun wird ihm aber klar, dass er eigentlich diese Güter nicht möchte und dass er eigentlich nicht auf dieser Hochzeit tanzen möchte. Ein besonders interessanter Vers, wie ich finde, ist auch der Ja, die Verbreitung von Seuchen und Krankheiten ist auch ein Charaktermerkmal, welches den Elfen ja insbesondere in der frühen Mythologie im Mittelalter zugeschrieben wurde. Ja, also dass die Elfen Ursache für Krankheiten seien. Und das ist eine sehr interessante Eigenschaft, die jetzt im Kontext, im heutigen Kontext der Psychosomatik auch nochmal eine sehr schöne Rolle spielt. Ja, also die Psychosomatik, die geht ja auch davon aus, dass jegliche Krankheit oder zumindest die meisten Krankheiten eigentlich eine geistige Ursache haben. Ja, also dass Krankheiten auf geistige Konflikte zurückzuführen sind. Und wie wir ja eben gelernt haben, sind Elfen ja im Prinzip die Personifizierung eben dieser geistigen Konflikte. Ja, man kann also sagen, unsere Ahnen wussten schon, dass diese geistigen Konflikte, die sie aber noch als Elfen bezeichnet haben, die Ursache für Krankheiten und Seuchen sind. Ja, also auch ein sehr interessantes Detail hier an dieser Stelle. Ja, beispielsweise sagt man in der Psychosomatik, dass jemand, der öfters an Herzleiden erkrankt, dass der eigentlich mehr auf sein Herz hören müsste. Ja, also dass er sich möglicherweise in der Partnerschaft, möglicherweise in der Freundschaft, möglicherweise im Wahl des Berufes gegen die Stimme seines eigenen Herzens immer wieder entschieden hat. Ja, möglicherweise aus, ja, gefühltem Pflichtbewusstsein, möglicherweise um Erwartungen zu erfüllen. Und daraus resultierend dann eben dieses Herzleiden entstanden ist. Ja, also ihr könnt euch ja mal selbstständig mit der Psychosomatik auseinandersetzen. Ja, also sozusagen sind diese psychosomatischen Erscheinungen, die Krankheiten letzten Endes, alle Folge des Wirkens dieser Naturwesen, der Elfen, ja, beziehungsweise entstehen sie, wenn man sich halt eben gegen den inneren Ruf entschieden hat. Ja, wenn man den Hüter der Schwelle nicht besiegt hat, ja, wenn man vor ihm zurückgewichen hat, vor ihm zurückgewichen ist. Ja, dann kommt der Vers, sie täte einen Schlag ihm auf sein Herz, noch nimmer fühlt er solchen Schmerz. Ja, mit einem Mal wird Herr Oluf bewusst, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat. Ja, er hat das Mitgift angenommen, er hat versprochen, auf der Hochzeit zu tanzen und er merkt jetzt, es ist die falsche Entscheidung gewesen. Ja, also er widersteht jetzt der astralen Projektion. Ja, er schlägt diesmal dem personifizierten Gefühl der Elfe, ja, die sozusagen eine Projektion seiner Braut ist, eine gefühlsbasierte Projektion seiner Braut, er schlägt diesmal ihre Angebote aus, im Inneren. Ja, er lehnt das Mitgift ab, die güldenen Sporne, das seidene Hemd und das Gold und er möchte nicht tanzen. Und nun erfährt er einen unglaublichen Schmerz, ja, also ihm wird schlagartig bewusst, dass er sich in einer sehr, sehr schlechten Situation befindet. Ja, und sie hebt ihn jetzt wieder auf sein Pferd, er reitet nach Hause zu seiner Mutter. Und jetzt stellt die Mutter die Frage, hör an, mein Sohn, sag an mir gleich, wie ist deine Farbe, plass und bleich? Also der Sohn ist eher bleich, weil er jetzt diese Erkenntnis hat und gemerkt hat, er befindet sich da in einer, ja, sehr, sehr großen Zwickmühle. Und er antwortet dann, und soll sie nicht sein, plass und bleich, ich traf in Erlenkönigsreich. Ja, und die Mutter scheint ihn hier auch schon sofort zu verstehen. Sie scheint zu wissen, was Erlenkönigsreich heißt, ja, also das Reich der Erkenntnis möglicherweise, ja, das Reich des Zweifels der Entscheidung dann aber auch, ne. Weil sie fragt jetzt nicht, was ist denn Erlenkönigsreich oder was ist da passiert oder so. Sie fragt sofort, hör an, mein Sohn, so lieb und traut, was soll ich nun sagen, deiner Braut? Ja, sie weiß, er war in Erlenkönigsreich und sie weiß auch, was das bedeutet. Sie weiß, er hat sich gegen sie nun entschieden. Und sie fragt jetzt, was soll sie der Braut sagen? Ja, und es ist eine sehr, sehr seltsame Ausrede, ja, sagt ihr, ich sei im Wald so stund zu proben, damit Pferd und Hund. Als ich das so die ersten Male mir durch den Kopf gehen lassen habe, musste ich da doch schmunzeln. Also, man möge sich mal vorstellen, ja, es findet eigentlich die eigene Hochzeit statt, man erscheint nicht. Und, ja, die Braut fragt, ja, wo ist mein Bräutigam? Und die Mutter des Bräutigams antwortet, ja, ach, der trainiert seinen Hund im Wald. Ach, die Hochzeit, das war heute? Ja, also es ist schon so eine sehr, sehr seltsame Ausrede. Also, Herder beweist hier auf jeden Fall Humor. Man kann jetzt natürlich auch das Pferd noch als, ja, Vitalität bezeichnen, beziehungsweise den Hund als Treue. Ja, also, er muss vielleicht im Wald noch seine, ja, Vitalität und seine Loyalität trainieren, infrage stellen, vielleicht erproben, ob er vielleicht bei der nächsten Verlobung lauterer ist, ja, also ob er da ehrlicher ist, ehrlicher zu sich selbst vor allem. Ja, so könnte man das jetzt hier, wenn man das jetzt wirklich tiefgehend hier interpretiert, auch noch deuten. Genau, frühmorgen und als es Tag kaum war, da kam die Braut mit der Hochzeitschar. Sie schenkten Med, sie schenkten Wein, wo ist, Herr Oluf, der Bräutigam mein? Genau, da stellt sie dann die Frage, sie bekommt als Antwort, der probt Pferd und Hund. Die Braut, das ist dann der letzte Vers, die Braut hob auf den Scharlachrot, da lag Herr Oluf und er war tot. Also, die Braut hebt den Scharlach auf, also das rote Tuch, also ein sehr edles Tuch, ich habe es ja anfangs schon erwähnt, also ein, ja, möglicherweise ein Kleidungsstück, welches darauf hindeutet, dass es sich hier um eine gehobenere Gesellschaft handelt. Ja, was möglicherweise darauf hindeuten könnte, dass es sich dabei tatsächlich um Olaf II. aus, ja, der dänischen Kronfolge handeln könnte bei diesem Gedicht, bei dieser Ballade. Ja, und da lag Herr Oluf und war tot. Auch diesen Satz können wir jetzt wieder auf unterschiedliche Weisen interpretieren. Man kann es zum einen natürlich ganz, ja, oberflächlich als physischen Tod deuten, man kann es aber auch als einen Tod der Liebe deuten. Ja, also er ist für die Braut gestorben. Ja, also, so würde ich es deuten in diesem Fall. Ja, das war meine Deutung und Interpretation von Erlkönigstochter von Johann Gottfried Herder. Also, Herr Oluf soll am morgigen Tag heiraten, befindet sich mit seinem Pferd auf weiter Flur auf dem Weg zu seinen Hochzeitsgästen, um diese in Empfang zu nehmen. Während dieses Rittes ereilen ihn aber Zweifel, beziehungsweise dargestellt, werden diese dargestellt durch die Elfen, die sozusagen nochmal die ganze Vorgeschichte, die zu der Verlobung geführt hat, widerspiegeln. Ja, er entscheidet sich dann gegen die Hochzeit, beziehungsweise schlägt das Angebot der Elfen, der astralen Projektionen seiner Braut aus und entscheidet sich eben nicht zu heiraten. Kehrt dann zu seiner Mutter zurück, die ihm dann zitternd die Frage stellt, was sie denn nun den Hochzeitsgästen sagen soll. Und er sagt, ja, er ist im Wald, um mit Pferd und Hund zu proben. Und am Ende des Gedichtes hebt die Braut eben den scharlachroten Schleier auf, der ein Symbol für Reichtum sein könnte oder was Edles. Aber unter diesem Schleier befindet sich dann halt eben der Bräutigam nicht lebend, sondern tot. Also er ist, so würde ich es interpretieren, gestorben für die Braut. Ja, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was du zu diesem Werk von Johann Gottfried Herder denkst, wie du meine Interpretation findest, ob du da vielleicht noch weitere Anmerkungen hast, ob dir da vielleicht aber auch noch weitere Details aufgefallen sind. Und was mich besonders auch interessieren würde, wäre, wenn vielleicht der ein oder andere von euch sich sogar dazu berufen fühlt, die Geschichte von Olaf bzw. Olufs II., dem dänischen Königs, weiter zu untersuchen. Vielleicht gibt es da ja noch mehr Hinweise, die darauf deuten könnten, dass Erlkönigstochter eben auf seine Geschichte anspielen könnte. Ja, ansonsten freue ich mich auch über weitere Vorschläge zu bekannten deutschen Gedichten, die es vielleicht wert wären zu interpretieren. Ich habe bereits jetzt schon einige Werke auf meiner Liste, die ich schon vorhabe. Ansonsten freue ich mich auch über ein Gefällt mir oder ein Abonnement auf meinem Kanal, sowie auch über eine kleine Spende. Ich bekomme mit YouTube selbst kein Geld. Also ich habe hier keine Werbung geschaltet, von der ich Werbeeinnahmen bekommen könnte. Also solltet ihr auf meinem Kanal Werbung sehen, dann wurde diese von YouTube geschaltet, nicht von mir. Deswegen mache ich sozusagen diese Vorträge hier ehrenamtlich und freue mich dementsprechend natürlich über einen kleinen Energieausgleich. Ja, ansonsten wünsche ich dir natürlich noch einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht von den Elfen ärgern und Gottes Segen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.